... wird werden, ein Tiro, mein Luch, mein Schüler. Und nun für euch, links! Jetzt ist noch eine Schülerin, sie kremmt noch mit Holz. Daher ist das mein Übungskampf, der wird auch nicht tödlich enden. Das gibt ja auch in der Nacht, so die Ebene auch schon. Beide sind Provokatoren, gut erkennbar am Helm, der liebe Nährselm. Vektorale, du nimmst noch nicht, hat noch die eine Weitschiene. Gladius, und das ist gut. So, was? Gehe los. Aussehen auch. Wie ist noch ein Ausbilder? Mirierlich. Bedenkt bitte, sie ist doch eine Schülerin. Gut! Lücks, die Schülerin. Volus, die Piel. Pugnate! 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 Loth! Schuhe! Loth! Loth! E-Loth! Pech! Pugnate! Loth! Pugnate! Schuhe! Volus! 左-or Pugnate! 3 zu 0 4. Treffer durch die Schülerinnen 4. Treffer durch die Schülerinnen Treffer durch Polus! Polus! Pugnate! Starte! Und hier versteckt der Treffer durch Polus! Polus! Pugnate! Starte! Ein Kappeltreffer! Fünf! Zu drei! Beendet diesen Kampf! Lappen! Kappeltreffer! Kappeltreffer!